Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Federmäuse, zu Let's Play My Sims. Hier schon mit so einer fetzigen, heftigen, oh Gott, habe ich wirklich fetzigen gesagt? Funky Musik von DJ Candy. Da können wir, glaube ich, an Tanzwettbewerb teilnehmen. Oh ja. Buh, wir sind am besten. Oh, die Käpt'n Ronja steht da in uns drin. Wir sehen so süß aus mit unseren kleinen Vampirzähnchen. Der hat so Hasenzähne. Ich muss mal kurz gucken, und zwar, wo waren wir denn letztes Mal stehen? Ach, genau, wir waren stehen geblieben bei der Hexe. Genau, wir brauchen, ach genau, das hatten wir schon alles. Das sieht so super, oh, das sieht so super, super süß aus. Okay. Wie ist... Du, boh, nicht mich, ich, boh, du, boh. Okay, ähm, dann können wir jetzt zurück hier reingehen. Sprungfiel, den brauchen wir gar nicht. An Aufgabe arbeiten Wenderlin. Okay, so. Dann wollte die einmal das hier. Oh, da ist ja nicht so viel dabei, ne? An diesem Regal. Ach, wahrscheinlich ist das so ein Regal zum Aufhängen. So, fertig. Okay, sie wollte dreimal Kürbis und zweimal Spinne. Also, dann müssen wir wahrscheinlich noch, äh... Oh! Oh, wieso ist denn das so viel Raum, sag mal? Wow, okay. Äh, dann machen wir es einfach so. Uh, und so. Hoffentlich geht das so. Okay, wir brauchen zweimal Spinne. Ich glaube, die Spinne hatten wir, ne? Ja, die hatten wir, den Kürbis ebenfalls. So. Zweimal Spinne. Fertig. Dann brauchen wir noch, wie viel mal Kürbis? Dreimal Kürbis. Okay. Eins, zwei. Und, äh, dann gucken wir mal, ob wir mal Kürbis auch hinsetzen können. Kürbis. Also, hier können wir ihn ja auf jeden Fall nicht hinsetzen. Der passt ja aber nicht so wirklich, finde ich. Nee, auch nicht. Okay. Äh, dann müssen wir da, wie, irgendwie, wo, wie, was anderes hinbauen. Vielleicht. Klappt ist ja, ah, guck mal, vielleicht so was hier. Oder? Irgendwas, was hinpassen kann. Was hinpassen würde. Hm, vielleicht, da gab es doch noch so ein Herz, das wir benutzen konnten. Vielleicht sollten wir das benutzen. Ah ja, hier, guck mal. Kürbisliebe, ne? Einfach so, Kürbisliebe. Obwohl, wir mögen ja wahrscheinlich Fläbemäuser am liebsten. So, jetzt ist es fertig. Wir haben noch andere Sachen hier über. Das macht überhaupt gar nichts, denn Wir haben noch richtig viel von dem faulen Holz und von dem Raben gespenst hier. Kürbisliebe. Okay. Fertig wäre ein Regal für die Wenderlin. Dann machen wir... Huch. Falsche... Hallo? Falsche Taste? Ah, genau. Okay. Dann machen wir weiter. An Aufgabe arbeiten Wenderlin. Äh, am... Genau, da brauchen wir Speck, also Balken und... Äh, Kürbis. Ah ja. Okay. Okay, okay, Moment. Dann sehe ich euch gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt. Also ihr wisst ja, wir können das von einem Pizzaofen bekommen. Und für diesen Pizzaofen gehen wir normalerweise hier zu unserem lieben Italiener. Aber man kann das auch da bekommen, wo man den Kuchen her bekommt. Falls ihr euch noch erinnert. Das war schon, ich glaube, einige Folgen lang her. Aber wir gucken auf jeden Fall mal, ob wir das da rausbekommen können. Das wäre zumindest sehr, sehr gut. Wir haben das auch manchmal bekommen, als wir am Essen waren. Als wir Pizza gegessen haben. Oder ich glaube, wir hatten das auch mal, als wir mit Leuten geredet haben. Ähm. Huch. Hier rüber. Okay. Nee. Ja. Hier. Hier können wir auch, sind wir richtig? Hier können wir auch Bacon bekommen oder Schinken. Ich glaube, es heißt auch Bacon. Aber hier kriegen wir hauptsächlich Kuchen. Also Kuchen haben wir hier schon ewig nicht mehr gesucht gehabt, weil wir schon mal so viel gefarmt hatten, dass wir wirklich Kuchen an Unmengen hatten. Da haben wir jetzt Schokokuchen. Hier gibt es Kuchen. Schokokuchen. Ich glaube, hier gibt es auch, äh, wie heißen die Lebkuchenmänner und, äh, ja, da ist es auch schon Lebkuchenmann. Siehste? Aber hier hat es auch noch den Schinken oder Bacon. Weiß ich gerade nicht mehr, wie heißt der denn? Ich glaube, Bacon. Kann das sein? Willst du mal gucken? Einmal hier. Ah, Speck. Speckstreifen. Genau. Die brauchen wir noch. Wir brauchen acht davon. Das heißt, sobald wir eins ausgegraben haben, sollte das dann auch wieder gut sein. Und ich habe gerade gemerkt, sagen wir mal hier, es ist richtig, nee, das ist Lebkuchenmann. Das will ich nicht. Also, ich finde, Speck sieht ja richtig hübsch aus, aber ich habe gemerkt, es ist so am seltensten, Schokokuchen, so am super seltensten oder, ja, eigentlich die Essenz, die wir kaum haben und kaum finden. Total komisch. Ja, nee, ich will eher Speck, nicht Lebkuchenmann. Oh, da war was. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Ach, Kuchen. Wieso? Bitte? Ach, Lebkuchenmann. Komm schon. Gib mir den Speck. Ich brauche Speck, weil ich ein Fetti bin. Und? Kuchen. Schon wieder? Und? Ah, Speck. Jetzt müssen wir nicht mehr weitermachen. Jetzt haben wir schon den ganzen Speck, den wir brauchen. Wir brauchen nur acht Speck. Wir haben noch zwei Speck übrig. Halt. Halt. Okay. Gut, dann können wir jetzt, oh, hallo Wenderlin, können wir jetzt zurück zu unserer Werkstatt. Genau. Jetzt muss ich nur noch da hinfinden, weil ich total disorientiert bin oder orientierungslos. Aber ich habe gelesen, die von euch, die das auch spielen, denen geht das ebenfalls so. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Es ist einfach so. Okay. So. An Aufgabe arbeiten Wenderlin. Ach, wir brauchen dann wahrscheinlich noch die Kürbisessenz. Wie viel haben wir denn hier von den Geistern? Davon haben wir nur vier. Haben wir von den Raben? Ja, dann haben wir auch nicht so viel. Okay. Ähm, ich glaube, da war noch was. Wo war das denn? Das war garantiert hier drüben. Kann das sein? Hm. Ich glaube, das war eher im Bahnhof oder in der Nähe vom Bahnhof. Wir hatten einen Platz, wo wir schon, ja, hier, Kürbis angepflanzt haben. Genau. Einmal gießen, bitte. Dann können wir jetzt wieder farmen. Das kennt ihr bereits schon. Einmal hier düngen. Zack. So. Das nächste einmal düngen. Zack. Oh, da kam richtig viel raus, du. Richtig, richtig viel. Hä? Wo ist das hin? Haben wir das jetzt eingesammelt oder wo ist das hin? Hm. Komisch. Okay, aber jetzt erstmal einmal gießen. Du auch. Wir haben jetzt wieder Platz für faules Holz. Und da kommt sowieso normalerweise faules Holz raus. Das bedeutet, ihr, wir können wieder faules Holz produzieren. Auch Apfel. Das hatten wir auch Gebrauch gehabt, ne? Jo. Auch mal gießen hier jetzt. Jetzt haben wir hier die ganzen gruseligen Bäume, die wir angepflanzt haben. So. Düngen. Ach nee, die haben wir nicht aufgesammelt. Die sind einfach verschwunden. Komisch, weil normalerweise ist es ja eigentlich nicht so. Hm. Ich frage mich, warum das jetzt passiert ist. Blöd. Okay, düngen. Da kommt so viel Kürbis raus. Es ist so, als ob das Spiel wüsste, dass wir die Kürbislaterne brauchen. Wirklich so. So. Dann hier drüben noch düngen. Ganz schön viel Augapfel ebenfalls. Okay. Dann. Genau. Können wir jetzt hier rüber gehen. Und wieder düngen. Und der Baum ist jetzt, äh, hat jetzt das Zeitliche gesegnet. Dann einmal fällen. Fahrtes Holz. Und wir sind wieder voll im Fallenholz. Äh, nee, ich will auch nicht. Ich will jetzt erstmal hier in den Boden stampfen. Genau. Dann können wir hier wieder was Neues anpflanzen. Und zwar einmal noch die schwarze Rose. Plups. Dann gießen wir die. Damit die schön wachsen kann. So, jetzt wird es jetzt auch das letzte Mal für unsere liebe Kürbislaterne sein. Ja. Gut. Dann können wir das ebenfalls fällen. Aber 35 hier. Das geht so schnell. Nein, ich will nichts pflanzen. Guck mal. Ich will das in den Boden stampfen. Und das wächst jetzt einfach. Glaub ich. Bis zum Erbrechen. Ähm. Mäh, 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 geist. Ups. Nee, doch nicht bis zum Erbrechen. Das müssen wir nochmal ein bisschen gießen, bevor es noch mehr am Wachsen ist. Wisst ihr noch? Letztes Mal ist der Baum nicht völlig gewachsen. Das war total komisch. Da war das total verbuggt. Oder verglitscht. Total komisch. Aber hoffentlich funktioniert es jetzt. Wir müssen uns da nur ein bisschen rumkümmern. Und dann ist da auch wieder gut. So, der Augapfelbaum ist ebenfalls fertig. Der kann nicht mehr. In den Boden stampfen, bitte. Danke. So. Dann können wir hier... Augapfel haben genug. Geister haben wir gerade angepflanzt. Dann können wir hier nochmal Rabe reintun. Plups. So, jetzt einmal hier gießen. Hier mal schütteln. Dann können wir die Sachen einpflanzen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber wir haben diese Woche ein neues Simpsons Spay angefangen. Und zwar die Sims 4. Ihr hattet dieses Spiel schon so oft... Oder für dieses Spiel habt ihr schon so oft nachgefragt. Und wir haben es jetzt endlich angefangen... Ah, guck. Jetzt wissen wir, dass der Baum funktioniert. Endlich angefangen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und guckt, ob ihr dieses Spiel ebenfalls mögt. Gut. Das ist von der Grafik ein bisschen so ähnlich wie das hier. Also so Cartoon- sozusagen mäßig. Habe ich das richtig gesagt? Keine Ahnung. Ach, guck mal. Da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Sind gleich mal draufgewachsen. Die schütteln wir auf jeden Fall mal schon mal runter. Kann ja nicht schaden. Das hat auch funktioniert. Nach dem Baum müssen wir noch ein bisschen gucken, weil ich wieder Angst habe, dass das ansonsten nicht funktioniert. Aber ich glaube, das sollte eigentlich funktionieren. Gießen wir den hier mal. Okay. Auf jeden Fall funktioniert. Gut. Dann können wir jetzt zurückgehen in unsere Werkstatt. Die ist hier drüben. Und hier drüben. Genau. Und dann können wir an Wenderlins Aufgabe weitermachen. Sarkophar Kekse. Oho, der sieht... Oh wow, das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus jetzt so. Dann gucken wir mal, was wir hierfür brauchen werden. Also ganz viel von dem hier. Das brauchen wir aber jetzt noch nicht. Ähm... Nein. Naja, die brauchen wir auf jeden Fall schon. Okay, eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Oh, das sieht schon mal cool aus. Was man mit den Sarkophar Kekse machen kann, keine Ahnung. Das werden wir bestimmt heraus... Ah, guck mal. Herauswenden. Da fängt es schon an. Hiermit. Okay, dann müssen wir jetzt aber wieder zurück. Ach, das kommt dann hier oben hin. Okay. Und das dann ebenfalls. Wie viele Essenzen bräuchten wir denn da? Ich hab ganz vergessen. Acht und acht. Also 16. Ja, das sind garantiert mehr als 16, das Weigen. Das Weigen. Deswegen sollte das funktionieren. Okay. Genau, jetzt brauchen wir das. Okay. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme das jetzt hier hin. Weil wir das gleich brauchen werden. Und können wir einfach hier wieder zurückgehen. Huch. Einmal umdrehen. So. Und so. Genau. Jetzt brauchen wir... Oh nein. Jetzt brauchen wir das hier. So. 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 Und so. Okay, dann brauchen wir noch einen Ball. So eine kleine Kugel. Naja, eine große Kugel. Keine kleine Kugel. Und hier ist sie auch schon. Okay, dann können wir jetzt mit dem Anmalen beginnen. Denn sie wollte Speck 8 und Kartoffel 5. Nein, Quatsch. Und zwar das hier. Okay, Speck. Wo ist er denn? Speck, Speck. Der Speck muss weg. Hier ist der Speck. Okay, jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay, dann fangen wir auf jeden Fall mal hier mit an. Das machen wir auf jeden Fall mal dunkelrot dann. So. Genau. Das sind jetzt 8 mal Speck. Huch. So. Genau. Und jetzt brauchen wir noch den Kürbis. Von dem Kürbis können wir jetzt auch ein bisschen mehr benutzen. Dadurch, oder könnten wir theoretisch etwas benutzen. Dadurch, dass wir schon so viel gesammelt haben. Aber ich mach das jetzt mal entweder jetzt Orange. Ach ja, 8. Wir haben jetzt 4 gemacht. Ich mach das jetzt einfach so. Ich finde, das passt. Das passt einfach. Okay, dann brauchen wir noch das und das. Ich glaube, nochmal 2 kann das sein. Ja, nochmal 2. Und dann das und das. Okay. Die anderen Sachen machen wir jetzt natürlich in einer anderen Farbe. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, entweder das hier oder... Ne, da haben wir nicht genug von. Vielleicht mit dem Raben. Geist haben wir auch nicht genug. Augapfel dann. Ja, Augapfel ist es. So. Und zwar wird das jetzt rosa. Weil das so ein bisschen passt. So. Oh. Wir haben noch ein paar Sachen vergessen. Die machen wir ebenfalls rosa. Nein. Oh, Mist. Ich hasse, wenn das passiert. Ich hasse es. Wir brauchen nochmal den Kürbis. Genau. Ja. Okay. So. Jetzt sind wir auch schon fertig. Gut. Dann können wir das ja bei der... Oder der Wenderlin geben. Und hoffen, dass sie das mag. Moment. So. Ich kenne mich. Ich weiß echt nicht, wieso. Aber im Wald ist es so viel einfacher zu navigieren und zu sehen, wo es hingeht. Anstatt hier in dem Hauptding ins Moment. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt oder wieso das so ist. Es ist einfach so. Ähm. Okay. Oh, danke schön. Danke schön für den Applaus. Vielen lieben Dank. Dann gehen wir auf jeden Fall jetzt rüber zu unserer kleinen Hexe. Ich hoffe, dass wir ihr Outfit bekommen können, weil ich das so gerne anziehen würde. Sieht nämlich total... Nein, ich wollte nicht ins Wasser. Sieht nämlich total hübsch aus. Ach ja, das war ihr Haus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Wir müssen jetzt warten, bis es geladen hat. Das geht ja meistens sehr, sehr schnell auf dem PC. Wenderlin. Wenderlin. Wenderlin? Hä? Wo ist sie? Hallo? Ah, hallo. Nein, nein, warte, 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 hier. Okay. Ach so, ja genau. Wir können hier bewegen und so. Ah ja. Hier ist unser Regal. Das können wir überall, wo wir wollen. Oh, da ist das Herz dann vorne. Okay. Hier können wir das nicht hin klatschen. Wir können das hier hin tun, aber nicht hier hin. Wieso nicht? Ach doch, doch können wir. Jetzt wieder nicht. Aber jetzt können wir. Jetzt wieder nicht. Eieieiei. Ne, das sieht ein bisschen doof aus. Da tut mir leid. Das mache ich auf jeden Fall wieder weg. Weg. Weg vor allen Dingen. So. Da passt das viel besser hin. Dann als nächstes hatten wir hier noch deinen Sarkophag. Den stellen wir hier hin. Ich weiß schon ganz genau, was ich auf dieses Regal stellen werde. Und der Sarkophag bietet zusätzlich Stauraum. Wendelin hat vor einer Weide ihren grünen Daumen ausprobiert. Sie gibt dir eine ihrer wundervollen Kreationen. Die eine fleischfressende Pflanze. Okay. Dann gucken wir mal, ob sie sonst noch was will. Wir gucken jetzt erstmal, ob man den benutzen kann. Ansehen. Okay. Reinlinsen. Oh, Moment. Moment, mach das nochmal. Wir haben das nicht gesehen. Verschreckt. Oh, okay. Sie erschreckt da einfach nur. Oder erschreckt da einfach nur. Warte, geh nicht schlafen. Wir wollen mit dir reden. Huch. Hallo, geh weg. Okay, mein Geschäft heißt Kessel und Co. Aber ich kann noch keinen einzigen Kessel. Ich habe noch keinen einzigen Kessel. Kannst du mir helfen? Bevor die Kunden etwas bemerken. Mit acht Raben und schwarzen Rosen. Aber gerne doch. Ach, dann müssen wir den Kessel bestimmt da. Okay. Können wir ja umstellen. Okay. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, damit ihr einen Teil der Fledermaus-Familie werdet. Und vergesst nicht, mir zu sagen, wie ihr die Wenderlin findet und vor allem, wie ihr den Sarkophag findet. Ist der schön geworden oder eher nicht so schön? Hättet ihr ja was anderes damit gemacht? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und das war es jetzt von mir. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Käsegehohn. Tschüss.